So, und herzlich willkommen zu einem langersehnten, äh, was heißt langersehnten, zu einem etwas längerem, nicht mehr kommenden Format. Und zwar spiele ich wieder für meine GameOdyssee weiter. Und zwar bin ich diesmal bei der GameCube gelandet. Und ja, die erste Aufnahme ist mir ein bisschen verkackt gekommen. Ähm, ja. Aber gut, macht nix. Auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod ihrer Eltern reißt ein Mädchen namens Crystal durch die unendlichen Weiten des Alls. In einem abgelegenen Teil des Lylat Systems erreicht sie plötzlich einen Hilferuf. Es, ich weiß nicht, es ist einfach viel zu schnell. Naja, auf jeden Fall, ähm, Star Fox Adventure für den Nintendo GameCube, eines meiner ersten Spiele, die ich mir gekauft habe. Ähm, mich verbindet mit dem Spiel, ihr könnt ja selbst lesen, das ist eigentlich ziemlich gut gemacht, während ich spreche. Ähm, das Spiel habe ich mir gekauft, da war ich zwischen den Jahren, da war ich mit 14, äh, war ich mit 14 war das, glaube ich, habe ich mir das Spiel gekauft von dem Weihnachtsgeld, das ich von der Oma und vom Opa 1 bekommen habe. Und da sind wir zwischen den Jahren nochmal einkaufen gegangen, da wollte ich unbedingt ein Spiel für meine GameCube kaufen, weil ich hatte mir die normale GameCube ohne Spiel gekauft, hatte mir aber dazu noch irgendwie Wave Race gekauft, weil es irgendwie 15er oder 25er dazu gab. Und ja, das war, glaube ich, das erste richtige Spiel, was ich gespielt habe, ohne, dass es irgendwie ein Rennspiel oder, ohne dass es halt ein Rennspiel war. Wirklich das zweite. Und ja, das verbindet mich mit dem Spiel, das habe ich natürlich dann bei der Oma, wenn man Ferien bei der Oma hat, kann man natürlich ein bisschen länger an der Konsole hocken, als irgendwie bei der Mutter, die da sagt, hier maximal eine Stunde oder zwei, ja, damals war das so. Da musste man halt noch als junger Stoppelopster hier ein bisschen, ich finde gerade die Flugsteuerung ein bisschen komisch, vielleicht bin ich auch anderes gewohnt. Naja, auf jeden Fall, das verbindet mich mit dem Spiel, mir hat es ganz gut gefallen, ich glaube, ich habe das in meinem Leben auch wirklich nur einmal komplett durchgespielt oder zweimal, glaube ich sogar. Und ja, naja, ihr seht ja, was für Fragen ich aufgebaut habe für die Moderation der Videos und dementsprechend wollte ich hier auf jeden Fall mal weitermachen. Ich werde den Tempel machen, ein bisschen mit den Foxwiesen rumlaufen, auf jeden Fall zu dem Spiel und zu der Geschichte eigentlich ganz chillig, finde ich, also so schlecht finde ich es jetzt nicht. Keine Ahnung, warum die meisten so sagen, Star Fox Adventure ist nicht so geil und so weiter und so fort, hat coole Gameplay-Momente drin. Ähm, zu der Geschichte, du bist auf einem, deiner, ja, lernen wir eigentlich alles noch kennen, also von daher entspannt euch mal. Ähm, so, während des Spiels, ich möchte auf die Fragen während des Spiels gehen, die Steuerung selbst gefällt mir ganz gut, liegt aber auch da dran, dass mein Favorit von den Controller-Layouts und von den, vom Gefühl her einfach der Gamecube-Controller der beste ist. Frag mich bitte nicht, warum. Das Audio kracht schon wieder ab, das gefällt mir in dem Sinne nicht. Weil, das schon mal, ja, ja, ich kenne die Steuerung. Ähm, weil bei der letzten Aufnahme war das nämlich genauso, da ist mir die Aufnahme, äh, da ist mir die Emulator abgeschmiert. Drück zur A, können wir miteinander sprechen und jetzt geht die Dingsbums auf. Genau. Ähm, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Auch die Aufmachung ist eigentlich ganz chillig. Naja, gucken wir mal. Mal gucken, ob ich das überhaupt durchspielen kann, weil ich glaube, die ROM ist nicht ganz optimal gemacht. Naja, auf jeden Fall, äh, wann und warum spiele ich das Spiel, das kann ich jetzt hier nicht sagen, weil auf der Gamecube habe ich das halt ganz oft gezockt, aber ganz, aber mittlerweile halt, seitdem die Gamecube nicht mehr so aktuell ist. Nicht mehr so, wie heißt's, ich glaube, ich muss einfach mal die Qualität ein bisschen runterdrehen von dem Spiel. Dann kommt der Emulator, glaube ich, ein bisschen besser klar. Naja, mir gefällt das Gameplay sehr. Finde ich ganz chillig. Und ja. Also ich spreche eine ganz komische Sprache. Also der Tyrannosaurus tut jetzt so, als wenn er hier voll der Chef wäre. ist aber eigentlich nur eine kleine Marionette und ist den... Naja, ein kleiner Diktator. Und wir müssen ihn wahrscheinlich irgendwie stoppen. Aber kannst du nicht... Nein, mach das nicht. Das war so ein liebes blaues Füchschen. Ich will auch auf so einem Flugsaurier reiten. Eigentlich ganz chillig. Eigentlich ganz chillig. Und wenn du halt hier so ein bisschen rumeierst und irgendwie kannst du aber noch nichts machen, weil die ihren Stab verloren hat. Der Earthwalker-König schickte uns, den Palast zu schützen. Du bist hier nicht sicher, wenn es gefährlich wird. Dann drücke X, um schnell wegzurollen. Okay. Ich versuche einfach hier ein bisschen was zu rushen, weil das ja jetzt eher so ein Vorstellvideo und kein Let's Play ist. Ich finde es nur, was mich so ein bisschen abnervt ist, dass man alles an sich, ja, alles erklären ist ganz okay. Aber alles, was man irgendwie neu in die Füße kriegt, da macht sie hier einen auf Link. Hier zum Beispiel. Das ist sau nervig manchmal. Vor allem am Anfang bei jedem Scheiß. Wirklich alles. Zusammen ist ein Kristall auf, zusammen ist ein Herz auf. Yay! Noch was. Super. Toll. Wunderbar. Muss doch nett sein. Es wäre schön, wenn die das nicht gleich wegschmeißen würde und wenn ich die mal loswerden würde. Weil die Viecher können nämlich auch ganz schön abnerven. Was mich so ein bisschen nervt an diesen Viechern ist, dass sie wiederkommen. Noch eine Weile. Boom hat es gemacht und ich bin drin. Okay, das ist das gleiche. Ich versuche hier alles so ein bisschen aufzumachen, dass ich das später nicht machen muss. Ein kleines, fragiles Füchschen. Noch. Och. Irgendwie drückt die manchmal zweimal. Ah, das gefällt mir nicht so ganz. Das sind so Benzinrehen, General... Pfff. Generatoren. Ah, die Kameraführung an sich. Wie gesagt, die Steuerung gefällt mir schon, aber die Kameraführung könnte besser sein. Ich weiß, ich habe da so ein komisches... Ich habe da so ein Fehler in der Synchronisation. Aber ich habe das alles schon ausgetestet. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gerade hier so vorstellen kann. Dass der Emulator läuft. Deswegen, äh, im dritten Versuch, die Aufnahme irgendwie zu irgendwas zu starten, werde ich nicht machen. Ja, Benzinfass und hier alles voller Flammen ist natürlich schlau as fuck. Wir können das Ding auf Schaltern absetzen. Der erzählt uns jetzt nochmal eine Geschichte. Ich muss aber sagen, das Spiel ist eigentlich so ein richtig solides, schönes Rollenspiel. Aber die Haare sind nicht so gut im Rendern. Sieht auf der Gamecube ein bisschen besser aus, aber... Ich weiß nicht, ob die Catcher-Capture-Card das aushält. Sonst würde ich mir nämlich eine Catcher-Card holen. Allerdings ist mir ein Missgeschick passiert. Aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum, ist meine Speicherkarte kaputt gegangen. Die wird auf einmal nicht mehr gelesen, da muss ich mir erstmal eine neue bestellen. Hab auch eine günstige bekommen, aber die dauert so lange. Keine Ahnung, woher die kommt. Und dann hole ich mir dann... Erstmal problematisch wird's halt, weil ich nicht weiß, dass die... Ob die Catcher-Card genug Informationen an den PC sendet mit der passenden Software. Dass das Bild einwandfrei auf dem Rechner wiedergegeben werden kann. Naja, zum Vorstellen reicht der Emulator und wenn ich dann wirklich mal ein Let's Play machen sollte oder so, teste ich das mit einer Catcher-Card. Da muss ich aber, wie gesagt, wenn da halt nix los ist bei den Videos, dann kann ich da ein bisschen was hochladen. Ich hoffe, dass was euch gefällt. Wenn es euch halt nicht gefällt oder wenn ich halt keine Rückmeldung bekomme, dann lasse ich es einfach da stehen. Ja, ich glaube schon, dass du nicht fortgehen wirst. So, das sind die... Ja, das ist so ein Warp-Portal. Gehen hin, drücken A, werden teleportiert. Um das mal im Schnelldurchgang ein bisschen zu erklären. Ich hab ja nicht ewig Zeit. Ich will die Videos ja jetzt auch keine Stunde oder so drehen. Jo, wie gesagt, so an sich die Story von dem Spiel, die Handlung so... auch wie man seinen Charakter so ein bisschen steuert, eigentlich ganz cool gemacht. Man muss natürlich erstmal nur wieder reinkommen. Finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man bei diesen Leitern auch hinabrutschen kann. Wenn man A drückt, das werde ich aber jetzt nicht zeigen. Sonst kann ich mir den ganzen Scheiß wieder hoch, weil du kannst nämlich mittendrin nicht abbrechen. Das bedeutet, wenn du hinabrutschst, bist du zum Boden. Okay, hier ist... Das sind so spezielle Tore. Das ist ein Rot-Siegel-Tor. Die Geister, die drauf zu sehen sind, zeigen an, wie viele Bösewichter du besiegen musst, um es zu öffnen. Wir haben natürlich nichts zum Verteidigen. Deswegen müssen wir uns mit diesen Fässern befassen. Aber das kriegen wir hin. Warte mal, ich kann doch bestimmt... das Fass nehmen. Und das auf diesen Schalter abstellen. Ja, so jetzt nicht. Das ist egal. Das sind die Cressor-Geister, die müssen wir einsammeln. Was ich ganz geil finde, ist, dass bevor die mit uns kommen, dass die uns immer so einen Test der Observation, dass sie uns so Tests geben. Sobald die Ohren stillstehen, ja, das ist hier so ein Hütchenspiel. Der versteckt sich in so einem Hütchen. Wir können nichts machen. Und müssen dann halt wählen, in welchem... in welchem Teil der drin ist. dreimal hintereinander. Finde ich eigentlich ganz nett. Es gibt nur einen Fehler. Ich glaube, wenn wir den Test extrem verkacken, werden wir zum Anfang des Schreins zurückgebracht. Ja, wie sie sich freut. Man hätte der auch, auch wenn es eine blaue Füchsin ist, man hätte ihr ein bisschen mehr anziehen können. Jo, die hat jetzt einen Geist bekommen. Den trägt sie sozusagen in sich. Großartig, du hast den ersten Krasowa-Geist errungen. Er wird so lange in dir bleiben, bis du ihn zum Krasowa-Palast bringst und dort freilässt. Finde ich eigentlich ganz chillig, weil du kriegst dann nämlich gleich so eine Anzeige gezeigt, wie... dass du einen Geist in dir hast. Und was mir persönlich ganz gut gefällt, ist, dass die dann so blaue Augen kriegen. Guck mal, sieht schon nice aus. Vor allem, dass die so ein bisschen leuchten, ja? In den Schreien sind die Geister sicher. Doch die können ihre Kraft nicht entfalten. Ah, die Gesichter-Mimik. Ihr habt mir... also ich hab da aus der Gesichter-Mimik rausgelesen. Alter, es ist mir gerade mal scheißegal. Halt doch einfach dein Maul. So. An diesen Schreien müssen wir die freilassen. Das sieht irgendwie... komisch aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Musik ist sehr schön. Gerade in diesen Palästen eigentlich. Diese Sicht gefällt mir nicht. Das ist doch bestimmt irgendein Drecksack. Ich bin nicht. Aber keine Schreien. Ich bin nicht! Tja, jetzt ist er gefangen. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Währenddessen in einem abgelegenen Gebiet des Lylat Systems. Das ist doch schon mal eine ganz andere Musik hier. Slippy, es ist General Pepper. General Pepper hier. Ich habe eine neue Mission für Sie, Fox. Sie sind auf den Dinosaur Planet, ein Wetter an der Flügel des Lylat Systems. Wie Sie sehen, die Kulisse der Planet haben sich aus der Flügel. Es ist Ihr Job, sie zurückzunehmen. Wenn die Dinosaur Planet explodiert, würde es das ganze Lylat System verifizernir. Die einzige Leid wir haben, ist, dass Sie die Queen der Dinosaur-Laten-Laten-Dinosaur-Tribe auf die Queen. Vielleicht kann sie noch weiter erholen. Also, Ihre Kurs hat sich beobachten. Wenn Sie ein Erfolg haben, dann wird es Geld für Sie sofort. Pepper, aus! Du hörst, General. Los geht's! Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen so an die Vorgänger von Guardians of the Galaxy. Aber zum Glück spielen wir hier nur mit Fox. Also ich habe Lylat Wars auch auf dem N64 mal gespielt. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, aber... Mission 40 Stormtail-Tile. Okay. Wir müssen in jedem... Ja, eigentlich ganz cool. Diese Fliegenmission gefallen mir sehr. Finde ich nur ein bisschen schade, dass sie zu kurz kommen. Ja. Wie gesagt, ich versuche hier jetzt nicht irgendwie großartig irgendwas zu ploppen oder so. Ich versuche einfach nur relativ schnell hier durch zu rushen, dass wir das Video fertig kriegen. Ist ja ein Vorstellvideo, kein genaues Let's Play. Ich mag das Tauntail-Tal, das ist so richtig schön entspannt. Ich kann das Spiel nur empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Also wer Gamecube noch hat und sich das irgendwie besorgen kann, sollte das mal gespielt haben. Aber die meisten haben es sowieso wahrscheinlich gespielt. Ich weiß. Jetzt, auf zu business. Mit dem Start-Bunnen, wird es öffnen, deinen Kommunikator öffnen. Es wählen, wer du möchtest, und dann pressen die A-Bunnen, um uns zu kontaktieren. Die Team-Member wird dir eine andere Information geben. Es wird nicht testiert in der Aktion, also versuche ich es so schnell wie ich fertig bin. Und nicht vergessen, du bist für die Queen-Earthwalker. Okay, General. Aber was ist eine Weapon? Warum kann ich meine Blaster bringen? Es ist immer das gleiche mit dir, Fox. Schreie erst, fragen Fragen später. Diese Mission ist um zu retten, nicht zu schützen. Es braucht eine andere Taktik. Versuche deine Kopf. Gut, wir kriegen hier aber noch eine Waffe, eine ganz andere. Der Stab von der Crystal. Der Stab ist eigentlich richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem mit diesen ganzen Features. Achte gut auf meinen Stab und er wird auf dich achten. Ja, und da bin ich jetzt in einem anderen Layout und da bin ich jetzt. Der Emulator hatte ein Problem. Irgendwie total abgeschmiert und was weiß ich. Das Speichern hat auch nicht so ganz geklappt. War nicht so geil. Hat voll abgefuckt. Naja, ist egal. Ja, Endfazit zum Spiel. Mir gefällt das Spiel sehr und ja, die größten Gameplays, Sachen habe ich jetzt größtenteils erklärt. Natürlich nur mit einem Let's Play kann man das Spiel nochmal richtig nachvollziehen und erkennen. Und deswegen wollte ich nochmal sagen, vielen Dank fürs Reinschauen bei diesem Star Fox Adventure Stop. Und hoffentlich hat euch das gefallen. Und wenn Interesse besteht, kann ich daraus auch ein Let's Play machen. Wie ich im Stream aber schon sagte, werde ich da wahrscheinlich eher ein Capture Card machen, sodass ich das über die Gamecube originalgetreu machen werde. Hoffe ich zumindest, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, muss ich es halt irgendwie über einen Emulator machen. Und ja, lasst einen Kommentar. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ein Kommentar wäre natürlich auch ganz gut, wenn euch das Spiel gefallen hat. Was assoziiert ihr mit dem Spiel? Wäre ganz cool, das mal auch zu wissen. Und bis dahin. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao.